Ja, grüß euch auf die Symone. Und heute ist wieder meine Aufgabe fürs Nuckelung in der Tor zu sein. Aber ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen in Jensburg. Und da sind wir eigentlich jetzt vorbereitet für die schönsten Videos. Aber ich habe es trotzdem, weil die Musik ist eigentlich für mich ganz etwas Besonderes. Und die Liebe für die Menschen und für die Fans, die Konzerte. Was ich überhaupt machen kann. Ach, wirklich Blödsinn. Was, was das du jetzt schon? Oh.